Ladies and Gentlemen, liebe Pelikaner, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP hier als Ding am Start. Wir sind letztes Mal dastehen geblieben, diesen letzten Titan zu slayen, um den alten Azrael zu befreien. Und... Oh fuck, what the fuck. Ja, das probieren wir jetzt auch. Da müssen wir jetzt irgendwie ganz wild agieren mit Portalen überall, links, rechts, oben und nahe. Wir machen das schon. Okay. Also eigentlich können wir, ich glaube, das ist eigentlich ziemlich easy. Wir klatschen hier im Portal hin. Wir klatschen hier im Portal hin. Aber ich glaube, die dürfen nicht so stark aufgeladen sein. Wir probieren das mal aus, wenn wir dann durchkommen. Äh, doch, easy, easy, easy. Das ist ja einfach als Vorhänger. Bam. Der ist ein bisschen sauer. Können wir schon mal treffen, dann kriegt er ein paar Watschen und dann gehe ich weg. Dann rastet er ein bisschen aus. Ah ja, alles ist gut. Bleib mal locker flockig. So, wir haben hier wieder ein Portal rein. Und auch ein Portal rein. Bam, wo ist der Pisser? Oh nein! Easy. Komme ich überhaupt auf deinen Kopf? Nein! Du musst näher kommen. Du bist dumm, wenn du nicht näher kommst. Komm! Komm jetzt näher. Los! Tu es! Du bist so dumm. Jetzt komm! Genau. Bisschen näher. Und näher. Und jetzt haut zu. Schlag mich! Pech, dann gehe ich auf deinen Kopf ein Versuch drauf. Nein! Warum ist der nicht geflogen? Warum ist der nicht geflogen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Jawoll. Easy peasy. Es geht richtig einfach hier mit dem Portal. Oh, er wird wieder sauer. Nein, nein, nein. Falt, falsch, 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 falsch. Okay, jetzt ist er hier. Dann machen wir das jetzt hier. Gut. Gut. Können wir einfach so auf seinen Kopf jetzt auch. Das ist richtig. Easy peasy, guys. So schnell kann es gehen. Ist er jetzt down? Kann ich jetzt rot drücken, oder? Ja. Rot. B. B natürlich. Ich muss dich drücken. Ne? Rot. Den roten Knopf. Ja, das war ja kein Gegner. Das war mehr ein Opfer. So, mach den Strahl an. Genau. So, dann aktivieren. Oh, haben wir hier irgendwo noch ein Portal? Kein Portal? Kein Portal. Das ist gut. So. Dann schenke ich hier eins rein. Und hier eins. Macht. Oh, ein Gang. Okay. Das Portal nehmen wir wieder mit. Oder ist da unten jetzt ein dickes Secret? Oh. Secret. Aber nein. Kein Secret. Wir gehen einfach nach unten jetzt. Ich glaube, jetzt ist das so mäßig. Abkürzung. Keine Panik auf der Titanic. Jawohl. Seht ihr, wie die Fetzen nach oben gleiten. Oh. Great. Oh fuck. Can't see shit. Ähm. Okay. Der schießt da hin. Der schießt da hin. Und der muss da oben gegen klatschen. Das heißt... Wir müssen sicherlich... Erstmal hier dran klatschen. Und dann da. Aber wieso ist das hier zu? I don't understand. Der klatscht. Warte. Der klatscht. Ah. Ah ja. Da muss man nur einmal gegenhauen. Das war ja einfach. Ich dachte, man muss das nur so koordinieren und alles. Aber nein, nein. Einfach so. Just like that. Open the gates. Kommen wir jetzt gegen aus. I hope not. Also jetzt muss ich kurz überlegen. Da ist so ein Dödel. Macht es Sinn, den zu aktivieren. Macht es Sinn, den zu aktivieren. Ähm. Wir müssen den Strahl da rüber kriegen. Das heißt... Da muss ein Portal rein. Nein, erstmal... Nein, das macht keinen Sinn. Ich mach das Portal erstmal weg. Aber doch. Da muss ein Portal rein. Wir müssen da ja aber erstmal eigentlich rüber. Aber ich weiß nicht, ob wir da rüber können, wenn da der Strahl aktiv ist. Ähm. Ähm. Gut, wir probieren das mal aus. Ich möchte erstmal da rüber. Deswegen, das kann ich da durchführen, wenn der Strahl da durchläuft. Eigentlich schon, ne? Ja klar. Weil der da ja jetzt nicht... Hab ich es getroffen? Tatsache. Ich dachte, ich hätte nicht getroffen. Aber ich hab getroffen. Ich glaube, er war nicht stark genug aufgeladen. Bin ich jetzt an dem richtigen Ding oder bin ich an dem falschen? Das sieht alles gleich aus. Aber das Ding ist nicht aufgeladen, also bin ich an dem falschen. Und hier ist ja auch noch das Portal. Of course. Bin ich jetzt... Ja, ich bin richtig. Die war kurz sehr verwirrt, aber ich bin auf dem korrekten Weg Ähm Mhm, mhm 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 So, ich muss mich jetzt kurz sammeln Wir sammeln uns Okay Okay Ähm So, ich denke wir müssen die beiden aktivieren Dann müssen wir Das Zeug aufschießen Nachdem wir das getan haben Müssen wir hier gegenballern Und dann Hallo Reicht das von der Zeit her nicht Kann ich mir nicht vorstellen Den haben wir anvisiert Jetzt will ich noch den Und den War ich es aktiviert Oh mein Gott, ich hab dich gesehen So Boots 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 Nein, ich will der Ich will mir das nicht angucken, wohin Weil ich will wissen, ob er das Aufkriegt Nein, er kriegt das nicht auf Okay, warte Wir müssen anders agieren Wir müssen anders an die Sache rangehen Was ist hier Ist hier auch irgendwas besonderes Irgendwas gorgeoushaftes Hier ist ein Portal Bringt mir das Portal was So, dann gehen wir erstmal nach oben Ah, falsches Ding So Hier klatschen wir ins rein Hier klatschen wir ins rein Dann gehen wir da durch Okay Macht Sinn, dass wir da jetzt nicht hochkommen Ah, jetzt kommen wir da hoch Okay Sind wir jetzt hier oben Hier oben gibt's nix Oh, da oben ist auch ein Portal Warum ist da aber ein Portal drauf? Okay Ah, da oben ist irgendein scheiß Secret Okay, will ich nicht haben Brauch ich nicht Ähm Das will ich aber haben Äh Hm Ah ne, der ist zwar jetzt Das ist ja dumm Okay, wir versuchen das jetzt nochmal zu timen Hier kommt eins rein Hier kommt eins rein Weil von da oben da die Portale machen keinen Sinn Die fliegen Und hier ist auch eins Das schießt dann nach da hinten Macht das Sinn? Ich denke nicht Gut So Ich bin zu slow Ich komm schon jetzt Nein, es ist zu langsam Ich verstehe nicht ganz Ich verstehe nicht ganz Wie sieh den an Lauf hier rüber, mach den Den Warum geht der nicht auf? Muss ich vielleicht die Portale andersrum setzen? Aber das macht doch keinen Sinn Da ist ein Schalter Mal gucken Dann macht das Ding einfach nur auf Okay Okay Wie könnte man das denn noch machen? Um Ich bin ein wenig überfragt. Ah, ich hab's. Okay. Da er ja den einen anschießt, brauchen wir nur den einen da zu aktivieren, sonst haben wir keine Zeit. Hat er den anderen jetzt aktiviert? Er muss den einen schon mit aktivieren. Den brauch ich. Und den. Ah, der sticht zu mir zurück, man. Das macht so keinen Sense. Weil das Ding ist zu kurz an. Ich verstehe nicht, man. Der aktiviert mit dem Strahl das rechte Schwert, Mann. Und wenn wir die beide aktivieren, dann geht der auf. Aber dann haben wir nicht genug Zeit, um den noch zu aktivieren. Weil er einfach zu stinken gerade ist, für diesen Moment. oder muss ich da weiter draufhauen. Ne. Ich stehe sichtlich auf dem Schlauch. Wenn ich das Portal hier durchschieße, bringt das nichts. Ja, okay. Lass uns nochmal da nach oben gehen. Vielleicht können wir von dort oben besser agieren. Guck mal, ob ich da oben vielleicht irgendwo... aber es sieht nicht so aus, dass ich da oben irgendwie agieren kann. Wenn ich das jetzt abschieße, dann schießt er einfach nur nach oben. Und er sieht echt cool aus, einfach nur. Ich muss das irgendwie zeitlich schaffen, den zu aktivieren. Und den. Das krieg ich nie nebenhin hin, ey. No chance in hell, bitches. Hm. Wir haben noch drei Minuten, um das Rätsel zu lösen. Wenn ich das Ding da hin schieße, das bringt gar nichts. Das hier bringt gar nichts. Was ist das denn? Ah. Ich hab verstanden. Wo ist das Schwert da? Kausha, kausha. Geh auf! Warum bist du nicht aufgegangen? Okay, wir probieren das jetzt. Ne, durch das Fatal springen bringt nichts, weil ich da ein neues setzen müsste. Dann hat die Wienerspür das einfach mal so. Open the gates. Jetzt. Boom. Yes. Wir haben es geschafft. We did it. Lass mich da durch. Du Bastard. Well done. Well fucking done. Immer den ganzen Raum erkunden. Weil das war jetzt nicht so überaus obvious. Weil wenn man das Spiel von der Woche gespielt hat, dann weiß man nicht mehr, dass da ein Slowmotion Ding Körper war. Jetzt ist Krieg super excited. You spin me right round, baby, right round. Let your record, baby, spin me right round. Okay. Dann sind wir gleich da. Okay. Wir sind schon mal einige Schritte weiter gekommen heute. Was mich überaus zufriedenstimmt. Jetzt fahren wir noch nach unten. Gucken, wo wir dann jetzt sind. Okay. Schießt das Ding. Genau. So. Und in der nächsten Folge gehen wir dann durch diese Tür und gucken, ob wir den alten Asrael befreien können. Ansonsten vielen Dank für oder vielen oder genau vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.